So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, schön, dass du da bist. Heute geht es mal um das berühmte Thema Rückzug. Ja, also wenn du dich jetzt gerade gleich direkt angesprochen fühlst, wenn ich ja sage, ja, da ist ein Mann, ein Mensch, ein potenzieller Partner für dich in deinem Leben, wo ja vielleicht das Kennenlernen schön war, wunderbar und auf einmal flacht es irgendwie ab oder dein Partner, dein Wunschpartner hat sich gleich zurückgezogen und du weißt nicht genau, was ist denn da jetzt los und hörst nur so Sachen wie, ja, ich kann mich nicht öffnen oder ich habe so viel zu tun oder ich brauche ja noch Zeit. Also Dinge, die er ja eigentlich schon von Anfang an wissen hätte müssen oder er hat gar nichts gesagt und du hast gerade wirklich das Gefühl, bei meinem Partner oder meinem Ex-Partner ist irgendwie was passiert, wo der sich jetzt von mir zurückzieht und ich weiß nicht wieso. Und das ist so oft der Fall. Ich kriege es ja jeden Tag in den Buchungen mit für meine persönlichen Readings, die ich ja auch noch mache, dass da ganz, ganz oft das Kennenlernen, die Patenschaft eigentlich schön war. Na, man hat vielleicht mal hier oder ein, das ein oder andere Thema und mit einem Schlag ist Funkstille, Rückzug, komische Energie. Dann kommt eine Zeit lang vielleicht keine Nachrichten mehr, wo man eigentlich dran gewöhnt war, dass dann schon immer mal was passiert in der Kommunikation. Also irgendwie tote Hose. Und das schauen wir uns jetzt heute mal an. Ich habe eigentlich eine Idee gehabt, gestern in der Dusche. Lass uns doch mal was Lustiges machen. Was für eine Musik oder welches Lied hörst du denn am liebsten, wenn es dir gerade nicht so gut geht? Er hat ja jeder so seine Songs. Die macht man dann an, macht laut, dann nimmt man das in sich auf. Musik ist immer ein tolles Heilmittel. Und ich hatte heute die tolle Idee, schreib du doch mal hier in die Kommentare jetzt rein, zwei Lieder, was du hörst, wenn es dir nicht so gut geht. Und ich fange an, also ich höre, und das klingt jetzt total lustig, zum einen ist es Three Little Birds von Bob Marley und Kokomo. Also diese beiden Lieder, wenn ich höre, da geht es mir immer gleich besser. Also ich möchte gerne mal von dir wissen, was legst du denn so auf, wenn du sagst, na ich brauche jetzt mal einen Push, einen Kick, ich muss jetzt mal hier mich wieder hochziehen, mache mir Musik an. Was hörst du am liebsten für Songs? Jeder schreibt jetzt hier mal ein, zwei Lieder rein. und dann können wir alle gemeinsam mal gucken, was gibt es denn da noch für Songs, weil es gibt ja ganz viele Lieder, die sind schon komplett irgendwie verschwunden von der Bildfläche, die hat man gar nicht mehr auf dem Schirm. Bin mir sicher, dass der ein oder andere jetzt hier unten ein paar Lieder findet und sich denkt, ach Gott, wie schön, stimmt, das gibt es ja auch noch. Also ich sage, Kokomo und Three Little Birds von Bob Marley, diese beiden Songs, wenn ich auflege, dann geht es mir wieder wunderbar. Also ich bin mal gespannt, was du mir jetzt da unten in die Kommentare reinschreibst. Was führst du deinen Ohren zu Gemüte, wenn du sagst, ich brauche jetzt mal einen Motivations-Push. Also ich bin gespannt. Ja, aber erst wollen wir ja jetzt mal reinschauen, was ist denn da mit dem Rückzug? Was soll das? Na, was geht in ihm vor? Was macht das natürlich auch alles mit dir? Wollen wir anschauen, weil es ja auch immer mal wichtig zu schauen ist, was ist denn mit dir so los? Na, was ist denn hier nur los? Und dafür, ja, mische ich jetzt mal wieder eben die Karten und du schaust mir dabei zu. Ja, wir haben heute kein neues Kanalmitglied, aber dafür hatten wir ja gestern zwei. Von daher ist das alles wunderbar. Die sind auch schon in meiner Müsli-Schüssel. Ja, was ist meine Müsli-Schüssel? Viele wissen es schon. In meiner Müsli-Schüssel sind alle ausgeschnittenen Kanalmitglieder, weil ich ja Sonntag immer ein bisschen was verlose am Kanal. Und wir auch das große Deck für die kommende Woche anschauen. So, ich bin fertig. Wir legen es jetzt mal hier hin. Rückzug hin, Rückzug her. Was ist das Thema? Das ist die große Themenkarte. Dann gucken wir mal, was uns die Karten heute so verraten. So, bei ihm. Wir wollen ja aber auch bei dir schauen. Was ist da los? Was macht das mit dir? Vielleicht bist du auch irgendwo auf dem Holzweg. Vielleicht erfahren wir ja jetzt auch, dass das, was er dir aufgetischt hat, gar nicht so der Wahrheit entspricht. Weil es gibt halt auch viele Männer, die sagen dann nicht so unbedingt, irgendwas in ihnen vorgeht. Die sagen dir dann irgendwas, wo es so wenig Stress wie möglich gibt. Aber was wirklich in ihm vorgeht, das bleibt ja meistens ein Geheimnis. Und deswegen schauen wir, was die Karten so sagen. Und wollen auch Klärungskarten. So, da haben wir sie ja auch schon. Seine Gedanken, seine Gefühle in Bezug auf dieses Thema, Rückzug, Funkstille, Eiszeit. Und auch bei dir. Wie nimmst du das wahr? Was macht das mit dir? Was kannst du vielleicht auch tun? Das ist mir ja auch immer wichtig, wenn ich sehe, okay, in dem persönlichen Reading, da geht schon noch was, dass ich dir dann auch Tipps und Hinweise als Mann gebe, wie man da jetzt am besten vorgeht. Na, ich bin ja einer. So, also wir machen noch Dekoration und dann geht es auch schon los. Wie schaut es aus? Wenn dir das gefällt, dann zeig es mir gern mit einem Daumen rauf und währenddessen decke ich mal die erste Karte auf. Das Thema gerade, okay, ah ja, der König, der Schwerter und das ist ja wohl ein Denker vor dem Herrn. Der steht für Scharfsinn, für Klugheit, für Strategie. Na, das kann gut sein, muss aber nicht gut sein, wenn man es nicht drauf hat. Ja, wenn man immer zu viel denkt, wenn man zu viel nachdenkt und da ist ja der Mann prädestiniert dafür. Der Mann ist eh meistens ein Denker vor dem Herrn. Immer einen Plan haben, immer alles im Griff haben, immer alles unter Kontrolle haben. Das sind alles Dinge, die sich im Kopf abspielen. Da geht es ja schon mal wieder munter zur Sache. Mag es wohl sein, dass er zu viel gedacht hat. Wenn ich mir im Vorfeld einer Partnerschaft schon zu viele Gedanken mache, dann habe ich mir das vorher schon zerdacht, was da hätte Schönes entstehen können. Da hat der Partnerschaft vielleicht nicht mal die Chance gegeben, dass die entstehen darf, wenn man zu viel in der Gurke da oben unterwegs ist und lässt dem Denker quasi seinen freien Lauf. Das ist nicht gut. Es ist normal. Ich sage immer, hör auf dein Herz, aber nimm auch deinen Kopf mit. Na, logisch. Aber wir wollen gucken, konkret in seine Gedankenebene. Was ist denn da schon wieder? Das sind jetzt die fünf der Münzen. Ja, das ist ja die klassische Mangelkarte im Deck. Ihm fehlt irgendetwas. Aha. So, witzig, witzig. Wenn ich bei ihm in die Gedanken rein spüre, jetzt gerade in Bezug auf seinen Rückzug, da fehlst du ihm natürlich auch schon wieder. Ja, das ist wieder so eine unüberlegte Gedanken- und Kopfaktion. Ach, ich ziehe mich jetzt mal zurück, weil es könnte ja vielleicht irgendwo was passieren oder es könnte ja dort besser sein oder ich habe sowieso zu viel gedacht, weiß jetzt gar nicht mehr, was ich will. Mond auch noch gefallen. Karte der Gedanken, der Psyche, der Ängste, der Wünsche, der Emotionen, der Intuition, der Sehnsüchte, also alles, was in dir drin vorgeht. Der Mond in der Gedankenebene, da kann ich dir tausendprozentig schon mal direkt sagen, dass dein Wunschpartner komplett der Denker ist. Hier oben auch der König der Schwerter, quasi der König des Denkens. Und es geht um die Liebe. Also er macht sich gerade schon sehr viele Gedanken um die Liebe und weiß auch, dass du ihm fehlst und dass er dir fehlt. Also das weiß der schon. Was er offensichtlich nicht weiß, ist, dass man Liebe nicht denkt, sondern Liebe fühlt man ja. So, und diese ganze Gefühlsgeschichte hat sich jetzt in seinen Kopf verlagert und somit dreht sich da oben der kleine Denker im Kreis und sagt, ja hä, ich komme nicht vorwärts. Ich weiß nur, dass mir hier irgendwas fehlt und ich kann noch so viel denken. Ja, ich werde natürlich die Gefühle deswegen nicht mehr oder weniger wahrnehmen als jetzt. Und wenn man da mal bei dir reinschaut, ja ja, das sind die fünf der Stäbe. Das ist eigentlich so eine Konfliktkarte, aber natürlich gerne auch mal eine Karte für deinen inneren Konflikt. Also in deinem Kopf, wenn ich da mal rein spüren darf, er hat sich zurückgezogen, es ist vielleicht gerade Funkstille, dann hast du in deinem Kopf einen inneren Konflikt mit dir selber. Auf der einen Seite denkst du dir, dann rutsch mir doch den Buckel runter, sowas habe ich gar nicht nötig. Aber auf der anderen Seite weißt du, okay, ich möchte eigentlich schon diese Partnerschaft mit ihm haben. Ich möchte der Sache schon noch mal eine Chance geben, dass da was entstehen kann. Also bist du hin und her gerissen. Der Spiegel, die Selbstreflexion, du schaust schon, was ist eigentlich los mit mir, dass ich an dem dran hänge. Ja, der Hund natürlich die Anhaftung, die Treue und die Loyalität. Also ich sehe dich schon da in einem Gewissenskonflikt mit dir selber, wo du auf der einen Seite sagst, hey, ich bin eine tolle Frau, ich bin eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Frau und jetzt hänge ich da irgendwie an einem fest und komme nicht weg, der sich von mir zurückgezogen hat. Normalerweise sagt man dann, okay, ciao, mach's gut, alles Gute, ich bin auch weg, aber hier geht es irgendwie nicht so richtig. Da kann die Freundin, die Mama oder sonst wer kommen, kann sagen, komm, such dir doch einen anderen, und andere ist noch besser und bla, aber die reden sich halt auch alle leicht, weil dieses Loslassen, das geht nicht mit dem Fingerschnipsen. Wenn jetzt jemand zu dir sagt, ach, das schaut ja gar nicht gut aus, du musst es loslassen, dann geht das nicht, das sagt sich so einfach, das ist schwer. Und wenn dann andere zu dir sagen, naja, such dir doch einen anderen, was willst du denn von dem, bla, ja, wenn es denn nur so einfach wäre. Deswegen nehme ich in deinem Kopf schon den inneren Konflikt, den Gewissenskonflikt wahr. Einer Seite, wo ist mein Selbstwert? Auf der anderen Seite, okay, ich gebe der Sache noch eine Chance, ich warte noch, aber man sieht es ja hier oben schon in seinem Kopf, dreht sich schon ganz viel um das Thema Gedanken, Liebe, Mangel, mir fehlt etwas, ich denke viel zu viel nach, ich könnte vielleicht mal mehr fühlen sollen, und deswegen wird es jetzt spannend, was wir denn da so in seiner Gefühlsebene sehen. Was ist in seinem Herzen los? So, da haben wir einen kleinen, putzigen Pagen, wir haben Störche, Störche, schaut doch mal die süßen Störche an, und wir haben ein Pferd. Okay, der Page der Münzen, ja, der steht immer für eine Chance, etwas auszunutzen, ja, also etwas vielleicht zu erreichen, wo der Page der Münze sagt, hey, im Herzen, da ist doch die Chance da, dass etwas Schönes entstehen kann, ja, sein Herz sagt ihm auch im Rückzug momentan, ja, was ist denn hier mit Umbruch, Wandlung, Leichtigkeit, wo ist denn die positive Veränderung, wo sind denn die guten Nachrichten, und der Page sagt, ja, die Chance ist schon da, aber schau doch mal eine Etage höher, da hast du nämlich wieder den Kopf, ja, der schon im roten Bereich läuft, und er sich von dir zurückgezogen hat, ja, weil er sagt, gut, ich habe vielleicht in meinem Kopf tausend Dinge ausgemalt, die sowieso nie stattfinden, aber die sind jetzt irgendwie da, meine Fiktion im Kopf hat ein neues Level erreicht, und deswegen ziehe ich mich jetzt zurück, obwohl vielleicht gar nichts passiert ist, also das ist vollkommen merkwürdig, aber es kommt oft vor, wirklich oft, und sein Herz sagt ihm eigentlich schon, hey, in Bezug auf dich, ja, da ist eine Chance auf eine schöne Partnerschaft da, da ist die Chance auf eine positive Veränderung da, und da ist die Chance auf einen positiven Ausgang da, also sein Herz ist ja gerade schon absolut auf der Höhe, deswegen frage ich mich schon wieder, was ist denn mit dem los, wie kann man im Kopf sich nur im Vorfeld oder während des Kennenlernens Dinge zerdenken, das ist unglaublich, aber wir gucken mal, was macht das denn mit dir, ja, dein Herz, okay, jetzt verstehe ich auch deine Gedankenebene, dein innerer Konflikt, du kannst das nicht loslassen, ja, du kannst nicht sagen, okay, dann bin ich mal weg, na, also mach's gut, denn mit den 10 Kelchen, das ist ja die höchste Liebeskarte im Deck überhaupt, ja, Wunscherfüllung, Zufriedenheit, höchste Liebe, dein Herz ist ganz weit offen, und sagt, okay, ich merke doch, dass da Kraft und Stärke ist, dass diese starke Bindung da ist, der Bär steht ja in der Liebe, gerne auch mal für eine starke Bindung, ne, große Liebe ist da, dein Herz sagt auch, mein Gott, was ist hier los, hier braucht es doch irgendwo die Notwendigkeit einer Lösung mit dem Knoten, da ist der Knoten drin gerade, keine Frage, aber dein Herz sagt, ich liebe den, da ist eine starke Bindung da, mit den 10 Kelchen, absolute Obertop-Karte, und dein Herz sagt, lässt sich denn das nicht lösen, kann man denn da nichts machen, ne, in welche Richtung kann es denn da gehen, dass es vorwärts geht, und es geht absolut in diese Richtung, diese Ecke ist aktuell dafür verantwortlich, dass bei euch nichts weiter geht, hier passt es ja, hier passt es ja auch, du bist sowieso im Kopf unterwegs und sagst, ja, boah, eigentlich warte ich nicht so wirklich auf jemanden, aber hier denke ich, dass noch was entstehen kann, da magst du vielleicht sogar recht haben, weil die Liebe ist ja hier sowieso schon gefallen, und ich weiß, dass du ihm fehlst, dass du ihm sogar sehr fehlst, ne, das sind gute Nachrichten, und da zeigt sich einmal wieder mehr, dass der Mann sich manchmal auch Hals über Kopf zurückzieht, ne, dass das eine Entscheidung ist, aus einer Wut, einem Missverständnis, vielleicht auch aus einer Emotion heraus, oder aus komischen Gedanken, aus Beeinflussung anderer, um Themen, die er um die Ohren hat, dann fällt auf einmal dieses schöne Kennenlernen, diese schöne Potenziale oder Partnerschaft, hinten runter, er zieht sich zurück, schaut, was ist denn bei mir überhaupt so los, und dann macht es Boom, ja, dann ist hier irgendwo alles durcheinander geraten, in seiner Energie, also, ja, selber Schuld, na, okay, dann schauen wir mal, die Einsicht kommt, er wird in der nächsten Zeit feststellen, ja, die sieben Schwerter, das ist so eine Karte, für, wenn jemand das Beste für sich herausholt, Geschick und Lüge, aber auch bei, gerade bei dieser Karte, ist eine von den wenigen Tarotkarten, wo ich sage, wenn ich da drauf schaue, lasse ich das auch auf mich wirken, und wenn ich diese Karte anschaue, ist immer so ein bisschen das Gefühl bei mir da, da stimmt was nicht, und er wird auch in der nächsten Zeit feststellen, dass hier etwas nicht stimmt, dass er tatsächlich zu viel im Kopf unterwegs ist, weil dieser Esel steht für die Sturheit, der steht für das Ego, der steht für das Denken, und es geht ihm um seinen Selbstwert, er wird also in der nächsten Zeit im Rückzug feststellen, dass es hier auf jeden Fall mal Richtung Selbstwert, Wachstum und Harmonie gehen kann, und dass er vielleicht tatsächlich merkt, oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit mir irgendwas zusammen gedacht in meinem Kopf, jetzt kommt mein Herz so richtig durch, jetzt darf ich auch mal irgendwie schauen, ja, ich habe außer Hunger und Durst tatsächlich noch Gefühle, ja, und die gehen komplett in deine Richtung rein, also auch hier schöne Energie bei dir in den Tendenzen, was sehen wir denn da so Schönes, okay, ja, das Ast der Kelche, Kelche sind ja Liebeskarten, Ast der Kelche, die Chance auf Erfüllung, auf Frieden und auf Liebe, ja, du darfst auch hier bei dir innen etwas auflösen, mit der nächsten Zeit, wenn du merkst, okay, er kommt aus seinem Kopf raus, ins Fühlen, und es geht ihm ums Wachstum und um die Harmonie, dann darfst du mal schauen, dein innerer Wegweiser, der wird dir schon sagen, okay, hier hast du innen in dir drin eine toxische, eine ungesunde Lebenssituation, die wird aber vorbeigehen, ja, wenn er merkt, dass hier alles komplett nicht stimmt mit ihm, was er da so fabriziert hat, dann wird sich das hier auch auflösen, denn die Eule, das ist die Intuition um der innere Wegweiser, das heißt, weg vom Gift hin zum Ast der Kelche, weil das ist die Chance auf Erfüllung und das ist die Chance auf Liebe, also dieses Gift, das wird verschwinden, ich denke mal, hier kommt Stabilität rein, habe ich jetzt hier noch die Hauptenergie liegen, mit dem Haus, das ist die Basis, das ist das Fundament und das ist bei euch beiden auf jeden Fall da, wenn du mich fragen würdest, es kommt ja nochmal zurück, was ist denn mit ihm im Rückzug so los, würde ich dir jetzt hier genauso im privaten Reading sagen, dass ich schon sehe, dass du ihm sehr, sehr fehlst, es geht ihm um Liebe, es geht um seine Gedanken, um seinen kleinen Egon im Kopf, er denkt viel zu viel nach, aber in der nächsten Zeit wird er mal merken, das Herz wird nicht aufhören zu schreien, ich will Liebe haben, ich will Liebe geben und das wird er auch merken, dass hier bei ihm irgendwas nicht stimmt und dass er mal aufhören darf zu denken, dass du aus diesem Zustand hier rauskommst und auch bei dir selber ankommst und die Chance auf Liebe und Wachstum da ist, von daher, ja, Kopf aus, Herz an, es ist höchste Zeit für ihn und ja, du darfst natürlich auch entscheiden, wartest du so lange, ich sage ja immer gern, warte nicht zu lange auf einen Menschen, das Leben ist eine kurze Reise, genieße sie, verbringe nicht so viel Zeit damit, auf irgendjemanden zu warten, das musst natürlich du für dich ganz alleine entscheiden, aber wenn du sagst, ja, ich habe jetzt gerade nichts anderes zu tun, jetzt warte ich nochmal ab, was hier passiert, dann kann ich dir hier auf jeden Fall empfehlen, gib der Sache noch ein bisschen Zeit, hier ist gerade super viel Umbruch da, die Basis, das Fundament für euch in der Liebe ist da und somit schaut es dann ja ganz gut aus. ja, das war es dann auch schon wieder von mir für heute, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich klinge wie ein Fernsehmoderator, wenn es dir also gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen drauf gibst oder so mir zeigst, dass dir das gefallen hat und vergiss nicht jetzt mal hier in die Kommentare ein paar Songtitel zu schreiben, wo du sagst, das ist ein Song, der gibt mir richtig gute Energie. Ich bin gespannt, was da drunter steht und ansonsten sage ich ja, bleibt gesund, seid lieb zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!